Wir unterbrechen das Programm für eine dringende Eilfahndung. Gesucht wird ein vermeintlich gefährlicher Terrorist. Der Verdächtige ist derzeit in einem schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichen OHVGT 580 auf der Ostseestraße Richtung Prenzlauer Berg unterwegs. So fühlt es sich an, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Weltweit werden zahllose Menschen unschuldig verfolgt. Helfen Sie der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte im Kampf für Gerechtigkeit auf igfm.de. To involve even more people, we targeted them, not only in their cars, but also in many more places all over the city. Gefährlicher Terrorist. Der Mann ist komplett in schwarz gekleidet und trägt einen Bart und einen auffälligen Hut. Die Verdächtige hat welliges, braunes, langes Haar und trägt einen weißen Schal. Der Verdächtige hat eine blaue Sporttasche mit orangen Reißverschlüssen bei sich. Über den Unhalt der Tasche ist der Polizei leider nichts bekannt. A week on the streets of Berlin attracted a lot of attention and let many people experience what it feels like to be innocently persecuted. Selber mal so ein Opfer zu sein, ist schon komisch. Ganz schlechter Witz, also wirklich. Es gibt hier einen Bezug zur Realität eben, da ist wirklich eine Menge passiert, ja. Und ist in der Tat schon sicherlich ein komisches Gefühl, wenn man zu Unrecht verdächtigt wird. Unrecht da! Uhr. 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 Ô. .